Österreich-Premiere für das BMW 4er Cabrio und das 2er Coupé auf der Vienna Autoshow 2014. Fahrdynamik, Eleganz und Exklusivität sind gemäß BMW die wesentlichen Aspekte beim 4er Cabrio, das ab 49.450 Euro erhältlich ist. Mit dem 2er Coupé will BMW die Freude am Fahren im Premium-Kompaktsegment nach oben erweitern. Ein sportliches Motorenangebot mit Leistungswerten bis 326 PS im M235i steht zur Verfügung. Das günstigste 2er Coupé mit Dieselmotor, der 218D mit 143 PS, kommt auf 32.190 Euro. Im Rampenlicht stehen allerdings auch die Elektromodelle von BMW. Dabei handelt es sich um den noch heuer zu erwartenden Sportwagen i8 und den bereits gestarteten i3. Es ist unglaublich, wie viel Interesse wir haben. Wir sind jetzt seit ungefähr sieben Wochen mit dem i3 draussen und wir haben jetzt schon über 250 Verträge geschrieben. Das heisst, die Resonanz bei den Kunden ist unglaublich. Jeder Kunde, der raussteigt, hat ein Lachen auf dem Gesicht. Die Kunden glauben gar nicht, dass so viel Agilität in einem so kleinen Fahrzeug drinnen ist und trotzdem der Luxus und Komfort eines BMWs. Man kann hier sagen, die Symbiose, Freude am Fahren, Elektroenergie haben wir wirklich sehr gut hingekriegt. Elektrisch BMW fahren kostet im i3 ab 35.700 Euro bzw. mit Range Extender ab 40.400 Euro.